Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Hemmradio Online 2021. Werde das gedacht, ein Jahr weiter und immer noch Hemmradio Online. Hoffentlich nicht mehr lange. Aber wir können Ihnen heute präsentieren, einen ganz tollen Beitrag von Martin Steier, DK7ZB, Märchen und Fakten aus dem Antennenwald. Hallo Martin, grüß dich. Ja, hallo, Wolfhard. Es scheint ja alles zu funktionieren heute Abend. Jawohl, wunderbar. Die Verbindung ist gut. Du wiederholst diesen Beitrag, Märchen und Fakten aus dem Antennenwald, nicht in Genze, sondern mit neuen Fakten und Märchen. Das heißt, wir können sagen, eine Version 2021. Ja, es kommt ja ständig was Neues dazu und man stolpert über irgendwelche Dinge, die einem interessant erscheinen und die werden dann natürlich mit eingearbeitet. Gut, dann sind wir sehr gespannt und unsere Zuschauer natürlich auch. Ich darf jetzt Bild und Ton an dich übergeben. Hier ist Martin Steier, DK7ZB mit Märchen und Fakten aus dem Antennenwald, Version 2021. Also der Begriff Antennenwald stammt ja von dem legendären Günther DL1 BU, der in den 80er Jahren da eine Serie gemacht hat und ich habe mich dieses Begriffes angeeignet und wir wollen heute einige Märchen und auch zugehörige Fakten über Antennen mal unter die Lupe nehmen. Die Problematik ist ja, dass bei Funkamateuren gerade auf dem Band viele Behauptungen unterwegs sind und vieles davon ist nicht ganz richtig oder sogar falsch, aber auszurotten sind diese Dinge nicht und wir wollen davon einiges hier unter die Lupe nehmen. Wir beginnen mal mit einer Standardantenne, die jeder kennt, einem 80 Meter Dipol in inverted V Aufhängung und es gibt Leute, die also behaupten, dass ihr inverted V oder ihr Dipol für 80 auf dem ganzen Band ein gutes SWR im Bereich von kleiner 1,5 hat. Das ist also theoretisch eigentlich nicht möglich, wenn der Dipol in der Standardform aufgebaut wird. Es gibt natürlich Tricks, den Breitbandiger zu machen, aber das ist kompliziert. Standardmäßig sieht das so aus, dass wir bei entsprechender Aufhängung und Bodenabstand im Bandmitte durchaus auf 50 Ohm plus minus J0 Ohm kommen, wie ich es hier dokumentiert habe. Dann steigt aber sowohl zum unteren Bandende als auch zum oberen Bandende hin das SWR sehr stark an und zwar aus zwei Gründen. Wir sehen, dass bei niedrigerer Frequenz die Impedanz absinkt. Die Antenne ist also quasi zu kurz. Das dokumentiert sich auch in einem Blindanteil von minus J61. Auf der anderen Seite sehen wir, dort steigt die Impedanz über die 50 Ohm an und es kommt ein Blindanteil im positiven Bereich, also ein induktiver Blindanteil. Und das ist insofern interessant, als wir jetzt sehen, dass beides mal ja eine Veränderung von 150 Kilohertz auftritt, aber das SWR nach beiden Seiten nicht symmetrisch ansteigt, sondern nach unten in Richtung zu kurz der Antenne stärker. Das ist also etwas, was wir uns generell für die Antennen merken können. Antennen, die zu lang sind, mit einem Tuner zum Beispiel abzustimmen, ist wesentlich einfacher als Antennen, die zu kurz sind. Das liegt auch daran, dass ein negativer Blindanteil, also kapazitiv, durch eine entsprechende Induktivität kompensiert werden kann. Und Induktivitäten haben immer Verluste. Auf der anderen Seite, dort wo plus J60 Ohm auftreten, muss man einen Kondensator in Reihe schalten, um das zu kompensieren. Nimmt man da einen verlustfreien Lufttrikot, dann ist das ein ganz anderes Gebiet. Also wir lernen daraus, Antennen so lang wie möglich machen. Hier ist mir etwas über den Weg gelaufen. Auf Facebook findet man da allerhand putzige Sachen. Ein OM hat das hier ganz begeistert publiziert. Er hat also nur 10 Meter Spannweide zur Verfügung, hat in jedem 5 Meter langen Ast seines Kurz-Dipols eine Induktivität reingesetzt, die, wie mir Isinek berichtet hat, mit 100 Mikro-Henry Resonanz ergibt bei 3,6 Megahertz, allerdings mit einer Impedanz Z von 7,26 Ohm. Das heißt also, es ist grundsätzlich ja so, dass eine verkürzte Antenne in der Impedanz absinkt. Jetzt hat der OM, wie er glaubhaft berichtet, ein 1 zu 1 Valon eingebaut und misst wahrhaftig an seinem 50 Ohm-Koax-Kabel ein SWH von etwas über 1. Das ist natürlich eine Sache, die ich vehement angezweifelt habe, aber die Sache wird dadurch geglaubhaft, dass die restlichen 43 Ohm, die zu unseren 50 fehlen, über Verluste in den Induktivitäten L auftreten müssen. Anders ist das physikalisch nicht erklärbar. Das heißt also, wenn das wirklich ein SWH von 1,0 ist, dann sind die Verluste in den Spulen für die entsprechende Erhöhung des Fußpunktswiderstandes verantwortlich. Also damit kommen wir nicht zu Potte. Auch wenn das messtechnisch in Ordnung ist, die Abstrahlung dürfte relativ schlecht sein. Die Diskussionsthemen auf den Bändern hört man immer wieder über Stehwellen und Mantelwellen. Und die Frage ist, hat das eine mit dem anderen etwas zu tun? Vor allem, ob ein erhöhtes Stehwellenverhältnis auch zu Mantelwellen führt. Wir können das hier mit Radio Eriwan beantworten. Im Prinzip nein, aber unter Umständen doch. Das wollen wir uns jetzt mal genauer an einem Beispiel angucken. Wir sehen oben eine vorlaufende Welle, die hier blau gezeichnet ist und die bei einem offenen Antennenabschluss wieder zurückreflektiert wird und zurückläuft. Und wenn die Phasenlage stimmt, dass also die vorlaufende und die rücklaufende Welle in der gleichen Phasenlage sind, dann addiert sich das auf den doppelten Wert. Wir sehen das hier unten. Und so entstehen auf der Speiseleitung abwechselnd Wellentäler und Wellenberge. Und da die zu stehen scheinen, wird das als Stehwelle bezeichnet. Und diese überlagerte Stehwelle kann also maximal 100% größer sein bei Totalreflexion als die normal hinlaufende Welle. Dann haben wir eine Antenne dran und die ist nicht korrekt abgeschlossen. Dann sehen wir, das Stehwellenverhältnis berechnet sich aus der Spannung, die zum Antennenausgang hinläuft. Nehmen wir mal an, das seien 100 Volt und es würden 33%, also ein Drittel reflektiert. Dann addiert sich diese reflektierte Spannung zu der vorlaufenden von 100 zu 133 und umgekehrt. Bei der negativen Halbwelle wird das Ganze subtrahiert und wir kommen auf 66 Volt. Und das Verhältnis dieser beiden positiven und negativen Spitzenwerte, 133 durch 62, hier unten sehen wir das, ergibt ein Stehwellenverhältnis von zwei. Das ist ein dimensionsloses Verhältnis ohne Einheiten. Das kann man nicht oft genug betonen. Und ich verstehe eigentlich nicht, warum da immer von 1,0 zu 1 die Rede ist oder 1 zu 1,2. Das Verhältnis als solches wird durch eine einzige Zahl ausgedrückt und braucht nicht den Bezug zum Optimalwert 1,0. Das können wir uns eigentlich sparen. Interessant sind die Eckpunkte, was zum Beispiel beim SWR von 1,5 auftritt. Wir sehen, die reflektierte Spannung beträgt 20%. Das klingt im ersten Anlauf nach relativ viel. Aber wenn wir das in Leistung umrechnen, sind das gerade mal 4%. Das kann man also mühelos verkraften. Die nächste Marke, die 2,0 hier, sind mit einem Verlust der Leistung von 11% beaufschlagt. Auch das lässt sich ohne weiteres verkraften. Und erst darüber sollte man sich Gedanken machen, ob man eventuell seine Antenne über einen Antennenkoppler anschließt, um diese Reflexion zu vermeiden. Vor allem auch, weil die Endstufe da unter Umständen entsprechend allergisch reagiert. Ich weise noch auf etwas hin. Dieses V vor dem SWR taucht ja öfter auf. Das heißt also nicht, wie ich schon gehört habe, vorwärts oder irgend sowas, sondern bezieht sich auf die Spannung Voltage. Also Voltage Standing Wave Ratio V SWR. Was passiert nun an einer Antenne? Und jetzt kommen wir auf Stehwellen und Mantelwellen im Zusammenhang zu sprechen. Was passiert jetzt, wenn wir einer Antenne, zum Beispiel einen Dipol, ohne ein Symmetrierglied abschließen? Wir sehen, wir haben hier die Ströme I1 und I2, die im Gegentakt im Inneren des Koax-Kabels zur Antenne laufen und zurück. Und zwar der Strom I2 auf der Innenseite des Koax-Schirms. Das ist wichtig. Und wenn dieser Strom jetzt oben ankommt, können wir das volkstümlich so formulieren. Dann weiß er nicht so recht, wo soll er eigentlich hin? In den oberen Arm der Antenne. Er könnte aber auch den Weg nehmen nach unten auf dem Außenmantel des Koax-Kabels. Und das tut er auch. Das heißt also, hier wird unsere Abstrahlung aufgesplittet auf den Arm des Dipols und auf den Außenmantel. Und damit ergibt sich eine Unsymmetrie der beiden Ströme hier und einer Veränderung der Impedanz. Die Impedanzänderung führt zu einem erhöhten Stehwellenverhältnis. Und die rücklaufende Welle, die auf dem Außenmantel läuft, führt zu Mantelwellen. Das heißt, hier haben wir den Zusammenhang, dass beide zusammen auftreten können. Das muss aber nicht sein. Entscheidend ist der Punkt, dass die Ströme, die im Inneren laufen, im Gegentakt, im Differential Mode hier auftreten, die Ströme auf dem Außenleiter im Verhältnis zu innen im Gleichtakt. Also I1 und I3 sind im Gleichtakt, englisch Common Mode. Und die Folge ist, dass der Koax-Außenmantel auch mit abstrahlt. Und das ist das berühmte Phänomen, wenn zum Beispiel dieses Kabel dicht an irgendeinem Fernseher vorbeiläuft, dass wir mit Mantelwellen auf dem Kabel dann TVI oder BCI produzieren. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, oben an der Antenne zu symmetrieren. Allerdings kann es passieren, dass auch der Koax-Außenmantel natürlich aus dem Strahlungsfeld der Antenne HF aufnimmt. Und deswegen empfiehlt es sich zusätzlich, auch unten am Transiva eine Mantelwellensperre einzubauen. Also oben eine Mantelwellensperre und unten, das ist die optimale Konfiguration. Auch deshalb, weil unser Außenmantel ja nicht nur abstrahlen könnte, sondern auch als Empfangsantenne wirkt. Und in diesem Zusammenhang natürlich Störungen, die bei uns ja leider im Umfeld der Antennenanlage in bewohnten Gebieten zum Standort gehören, mit in unseren Empfänger leitet. Also Mantelwellensperren sind immer zu empfehlen. Und wir sehen, die können also im Zusammenhang mit Stehwellen auftreten, aber das sind zwei getrennte Paar Schuhe. Ein solcher Balun, sowohl für oben an der Antenne als auch für unten, ist leicht aufgebaut. Man nehme einen Ringkern, je nach Leistung, dicker oder kleiner, und bringe dort einige Windungen Koax-Kabel auf. Wobei man darauf achten muss, dass das Koax-Kabel diese Biegung aushält. Das kann man nicht mit jedem Kabel machen. Am besten sind also Kabel mit Voll-PE. Aber auch, ich habe es probiert mit RZ5, das funktioniert einwandfrei. Und das kostet nicht die Welt. Wenn ich sehe, dass kommerzielle Mantelwellensperren ganz schöne Löcher in den Geldbeutel reißen, sollte man sowas wirklich selber bauen. Das ist kein Akt. Die nächste Frage, die im Raum steht, was ist eigentlich ein Koax-Halbwellenkabel? Denn Halbwellenkabel werden zum Antennenabgleich empfohlen. Und auch dort gibt es Missverständnisse, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und zwar betrachten wir zunächst mal die Spannung innen auf dem Kabel zum Energietransport. Das heißt also, dort tritt eine solche Leitung auf, dass durch die Verzögerung des Dielektrikums die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle anders aussieht. Und damit ist praktisch der Abschnitt, der für eine Halbwelle zuständig ist, kürzer als auf dem Außenschirm. Auf dem Außenschirm ist die Umgebung der Freiraum und mit einem Verkürzungsfaktor von etwa 0,97 ist das Halbwellenkabel wirklich etwa so lang wie eine halbe Wellenlänge, während innen drin durch das Dielektrikum eine Verkürzung eintritt. Und je nach Art des Dielektrikums ist dieser Abschnitt mehr oder weniger lang. Bei Vollpolyethylen, die bekannten Kabel damals in RG58, RG213, ist dieser Faktor etwa zwei Drittel, also 0,66 und wird als Verkürzungsfaktor des Kabels bezeichnet. Für Anpassungsverhältnisse, wo man mit Viertelwellenkabeltransformationsglieder bauen kann, das ist ja eines meiner Lieblingsgebiete bei Antennenprojekten mit solchen einfachen Viertelwellenkabeln, ist also der Innenleiter verantwortlich für die Berechnung mit dem Verkürzungsfaktor. Je mehr Luft nun drin ist, um dämpfungsarme Kabel herzustellen, wird der Luftanteil in dieses Dielektrikum mit aufgenommen, wird der Verkürzungsfaktor größer und liegt dann bei diesen Schaumkabeln, die man erkennt, wenn die so ein weißes, milchiges Innen-Substrat haben, bei 0,82 bis 0,85. Jeder Koax-Kabelhersteller hat zu seinen Kabeln die entsprechenden Eigenschaften und dieser Verkürzungsfaktor spielt eine entscheidende Rolle. Wichtig ist, dass also für die Abstrahlung von Mantelwellen der Außenleiter verantwortlich ist und auch für entsprechende Transformationseffekte wiederum der Innenleiter. Das heißt also, ist der Außenleiter beim Auftreten von Mantelwellen etwa so lang wie eine Halbwelle oder eine ganze Welle, dann strahlt er natürlich ganz hervorragend ab, wenn ich dagegen nichts unternehme. Auf der anderen Seite, Halbwellenkabel transformieren ja wie bekannt ist im Verhältnis 1 zu 1 und insofern kann ich also Antennenmessungen, wenn ich an den Fußpunkt oben ja nicht direkt rankomme, über ein Halbwellenkabel unter Berücksichtigung des Verkürzungsfaktors berechnet, also als Lambda halbe oder Lambda ganze oder 3 halbe, also als Vielfache anschließen an einem Stehwellenmessgerät und kann dann meine Antenne auch entfernt einigermaßen messen, ohne dass Transformationseffekte eine Rolle spielen. Also bitte bei Halbwellenkabeln beachten, was meine ich Transformation, Innenleiter oder Spannung auf dem Außenleiter. Jetzt kommen wir zu Gewinnangaben. Auch dort gibt es so allerhand Märchen, besonders auch in Prospekten, das kennt jeder. Vor allen Dingen, wenn da nur ganz lapidar steht, eine Antenne hat einen Gewinn von so und so viel dB, Dezibel. Das ist ja ein Vergleichsmaßstab, der einen Bezug haben muss zu irgendwas. Und der normale Bezug im Amateurfunk ist der Halbwellendipol. Und wir sehen das Strahlungsfeld, können wir uns vorstellen wie ein Autoreifen, wo also in der Querachse das Strahlungsfeld rundum im 360-Grad-Winkel auftritt, längs der Achse im theoretischen Falle 0. Und insofern hat ein Halbwellendipol ja in eine Richtung einen Gewinn, der gegenüber der anderen Richtung auftritt. Und diesen Gewinn definiert man dann in der Regel mit 0 dB. Und alles, was eben höher ist, wird auf diesen Halbwellendipol mit dBd, Dezibel, über den Dipol hinzugerechnet. Das ist nun etwas, was die Physiker etwas irritiert. Die rechnen lieber mit einem Kugelstrahler. Das heißt, einer Antenne, die ihre Wellen gleichmäßig in alle Richtungen des Raumes ausbreitet. So etwas gibt es aber nicht, weder im Amateurfunk noch sonst irgendwo. Und das ist ein fiktives Rechengebilde. Und es ist ganz klar, dass dieser Kugelstrahler gegenüber dem echten Dipol natürlich einen Verlust aufweist. Oder umgekehrt in der Hauptstrahlungsrichtung hier beim Dipol ein Gewinn gegenüber dem Kugelstrahler. Und die Differenz beträgt 3,15 dB. Und diese fiktive Rechengröße dBi des Kugelstrahlers klingt natürlich wesentlich besser, weil 2,15 dB rumdrüber liegen. Und wenn also jemand nur von dB redet, dann ist das nicht aussagekräftig, da der Bezugspunkt fehlt. Wenn also im Prospekt dB steht, dann kann das alles Mögliche sein. Häufig ist es gemeint als dBi, weil es halt besser aussieht. Und noch toller wird die Geschichte und absolut irreführend, wenn ich Ground Gain mit dazu rechne. Zu dem Ground Gain kommen wir nachher nochmal in einem Beispiel. Aber jeder kennt das, dass die Bodenreflexion unsere Abstrahlung verstärken kann mit Zusatzgewinn. Und wenn ich die natürlich mit einrechne, dann komme ich auf fantastische Werte. Selbst bei Veröffentlichungen im Ziel 2DL habe ich das schon gesehen, dass also da mit Boden-DB gerechnet wird. Wobei keiner so recht weiß, wie hoch ist die Antenne eigentlich. Davon hängt das nämlich ab. Oder wie ist meine Leitfähigkeit im Untergrund über dem Boden? Breitet sich die Welle ja aus und hat mit der Leitfähigkeit des Bodens was zu tun. Also das ist alles schwammig und insofern sollte man sich beim Amateurfunk auf DBD beziehen oder, wenn es halt nicht anders geht, auch auf DBI. Aber der Zusammenhang muss klar sein. Sonst landen wir im Märchenwald. Jetzt kommen wir zu etwas, was heute wohl nicht mehr so bekannt ist. Aber die älteren Funkamateure werden das wissen. Es gab mal in den 60er Jahren ein Büchlein von dem legendären DL1-CU-Körner verlegt, wo die HB9-CV beschrieben wird, die eine hervorragende Antenne ist. Und in diesem Büchlein stand geschrieben, dass eine HB9-CV bei wesentlich weniger Aufwand den gleichen Gewinn hätte wie eine Vier-Element-Jagi. Und diese Behauptung, die zieht sich also dann wie ein roter Faden durch alle möglichen Publikationen, die mit der HB9-CV was zu tun haben. Jetzt taucht die Frage auf, A, stimmt das? Und B, ja, wo kommt diese Behauptung eigentlich her? Dazu gucken wir uns die Antennen mal näher an. Und zwar zunächst mal das Prinzip der HB9-CV, was man ja verstehen sollte, wenn man so ein Ding schon aufbaut oder damit operiert. Der Elementabstand A ist 0,125 Lambda, also ein Achtel Lambda. Ein Achtel Lambda ergibt eine Phasenverschiebung von 45 Grad. Und da die Speisung der beiden Elemente über Kreuz erfolgt, das heißt jeweils auf der gegenüberliegenden Seite, ergibt das eine Phasenverschiebung von 180. Und beide Faktoren zusammen, 45 und 180, geben 225 Grad Phasenverschiebung. Wie ich mit Easy-Neck-Berechnungen mal untersucht habe, das war ganz interessant, ist das also der optimale Wert für eine Zwei-Element-Antenne, für die Phasenverschiebung, um Gewinn und Rückdämpfung zu optimieren. Und das war also schon ein genialer Schachzug. Interessant ist bei der HB9-CV, dass in der Praxis, gerade auf zwei Meter kann man das feststellen, der Durchmesser der Elemente keine solche Rolle spielt wie bei Yagis. Man kann also mit sechs, acht oder zehn Millimeter Elementen bei gleichen Längen arbeiten. Und die Antenneneigenschaften ändern sich also praktisch kaum. Das ist also ein sehr lukratives Selbstvorführung, dieser HB9-CV. So, und jetzt gucken wir uns mal die Strahlungsdiagramme an, einer Standard-Virelement-Yagis, wie die früher so üblich war, und der HB9-CV. Die tatsächlichen Gewinne liegen für die HB9-CV bei 4,15 dB über dem Dipol und bei einer Virelement-Yagis, wie die früher so im Rothammel beschrieben wurde, bei 7 dB. Das heißt, das sind fast eine halbe S-Stufe und dieses Märchen mit dem gleichen Gewinn stimmt also überhaupt nicht. Aber die Frage ist, wie kommt sowas zustande? Ich vermute Folgendes. Eine experimentelle Abgleichung einer Virelement-Yagis ist also eine Aufgabe, die keiner zu Wege bringt. Das heißt also, ich habe Elementabstände und Elementlängen, die variabel sind und durch Versuch und Irrtum komme ich nicht auf solche Diagramme, wie links zu sehen sind bei der HB9. Und jetzt hat wahrscheinlich ein Erbauer sich die Virelement-Yagis angeguckt, hat die umgedreht und hat die Rückdämpfung gemessen und festgestellt, Das sind ja nur zwei S-Stuben, während bei der HB9-CV bis zu 30 dB und mehr auftreten, wenn ich die Antenne drehe, dann ist nach vorne, knallt bumm und nach hinten nichts mehr. Und jetzt kommt natürlich die Vermutung, aha, wer nach vorne wesentlich mehr zu bieten hat als nach hinten, muss natürlich einen hohen Gewinn haben. Und insofern kommt also diese Relation zwischen Zwei-Element-Yagis und Vire-Element zustande. Man kann heute natürlich Vire-Element-Yagis besser konzipieren. Wir sehen nachher noch ein Beispiel. So, jetzt kommen wir zu einem absoluten Märchenprodukt. Das ist mir schon seit längerem aufgefallen. Wer danach googelt, findet im Internet entsprechende Unterlagen. Hier hat also ein OM, das stammt wohl aus Holland, dieses Ding, ganz einfach Folgendes gemacht. Der hat also die Abmessungen, Elementabstand und Elementlängen der ursprünglichen HB9-CV genommen und hat also in Lambda-Achtel-Abstand vorne ein weiter verkürztes Element davor gesetzt, also so eine Art Direktor. Und jetzt speist er also die beiden Hilfselemente Reflektor und Direktor gleich mit einer Phasenverschiebung von 180 Grad. Und das ergibt also natürlich Kuddelmuddel und kann nicht funktionieren. Und auch Easy-Neck als Analyseprogramm sagt ganz klar Folgendes. Hier haben wir das Problem. Wir haben einen Gewinn von 3,72 dbd. Das ist weniger als bei der 2-Element und die Rückdämpfung ist auch schlechter geworden. Wir haben also mit dieser 3-Element HB9-CV, die ja gar keine mehr ist, eine Verschlimmbesserung durchgeführt. Also ich warne vor dem Nachbau. Das bringt nichts. Abhaken als Märchen. Ein weiteres Märchen, was heute wohl nicht mehr so aktuell ist, aber wer in älteren Büchern blättert, findet das noch. Dort steht also für Jagis zum Beispiel eine Berechnungsformel drin. Das ist alles schön und gut. Nur was eben fehlt, ist die Fragestellung, welchen Durchmesser hat eigentlich das, was an Elementen da aufgebaut wird. Und wir lesen hier unten den Satz zum Beispiel in diesem Rothammel der älteren Auflage. Die Musterantenne verwendet Leichtmetallrohre mit 12 mm Durchmesser unkritisch. Und das ist natürlich Unfug. Das ist schon kritisch. Gerade bei Nyagi sind die Rohrdurchmesser ganz entscheidend für Resonanz und Impedanz. Und insofern führen diese Faustregeln und die Empfehlungen unkritisch mehr oder weniger nicht zum gewünschten Produkt. Ich habe das mal zusammengestellt hier für eine Vier-Element-Yagi der modernen Bauart. Wir sehen schon links im Diagramm, das sieht schon wesentlich besser aus als das, was wir vorhin gesehen haben. Man kann also eine Vier-Element-Yagi auf 30 dB Rückdämpfung züchten. Wir sehen das hier. Allerdings ist höhere Rückdämpfung immer gekoppelt mit weniger Gewinn nach vorne. Alles zusammen kriegen wir nicht gleichmäßig optimiert. Diese Antenne hat 6 dB, ist aber außerordentlich gutmütig. Es ist eine 80 cm lange 28 Ohm-Yagi für 2 Meter. Wenn die mit 8 mm so konzipiert wird, dass sie Resonanzfrequenz bei 144,3, also beim SSB-Bereich hat, und wir ändern dann leichtfertig die Durchmesser auf 4, 6, 10 oder 12, so nach dem Motto unkritisch, sehen wir, wie weit wir von der Entwurfsfrequenz eigentlich wegkommen. Ganz wichtig, wenn ich also Antennen nachbaue, ich muss eine Bauanleitung haben, die exakt die Durchmesser angibt und das muss auch geprüft sein. Und nicht einfach sagen, ich nehme mal ein anderes Rohr und versuche, dass es schon funktionieren wird. Also bitte, exakte Durchmesser sind wichtig. Das ist übrigens nicht nur bei der Yagi so, wir werden sehen, auch bei der Quad ist das keineswegs unkritisch, was ich da für Drähte verwende. Jetzt wenden wir uns mehr einem Kapitel zu, wo diverse, naja, ich will nicht direkt sagen Märchen, aber doch so allerhand Mystisches im Umlauf ist. Das Grundprinzip einer Vertikalantenne ist ja die legendäre Marconi-Antenne, die vor über 100 Jahren schon entwickelt wurde, die eine Viertelwellenlänge hoch ist und die gegenüber einem Boden, einem Grund, der eine möglichst optimale Leitfähigkeit erregt wird. Dieser optimale Boden ist dazu da, praktisch die zweite Antennenhälfte unseres Halbwellendipols zu spiegeln. Der Vorteil ist natürlich dieser Marconi-Antenne, sie hat nur eine Bauhöhe von Lambda-Viertel und arbeitet trotzdem quasi wie ein Halbwellendipol, allerdings unter der Prämisse, dass die Radiale und das, was unten drunter ist, optimal sind. Und da gibt es also auch so ein bisschen, naja, ich will mal sagen Unklarheiten, die wir aufklären müssen. Wir gucken uns mal an, wie die Abstrahlung einer solchen Marconi-Antenne aussieht. Es ist ja bekannt, dass die Wellenzüge, die also mit Lichtgeschwindigkeit die Antenne verlassen, man kann sich das so vorstellen, dass die von den nachfolgenden Wellen in den Raum rausgeschoben werden und sich dann abschnüren und in die Fernausbreitung übergehen. Und jetzt treffen natürlich diese Wellenzüge einer Viertelwellenantenne auch auf den Erdboden und müssen für diese gespiegelte zweite Antennenhälfte im Erdboden zurückfließen. Und es ist ganz klar, dass diese rückfließenden Konvektionsströme, die hier auftreten, als IK für Konvektion bezeichnet, Verluste aufweisen, wenn das nicht optimal ist. Das heißt also, wenn der Widerstand dieses Erdbodens relativ hoch ist, dann kann ich nicht erwarten, dass die entsprechende Wirkungsgradberechnung meiner Antenne stimmt. Wir können das ganz einfach nachvollziehen. Wenn wir eine solche Antenne auf einem Blech aufbauen würden, auf zwei Meter Wellenlänge, ist das überhaupt kein Problem, zum Beispiel Autodach oder sowas, dann hat also diese Antenne die halbe Impedanz eines Dipols. Der Dipo liegt ja bei etwa 70 Ohm und dann haben wir 35 Ohm. Würden wir ein 50 Ohm-Koax-Kabel anschließen, hätten wir ein messbares Reflektionsverhalten, das heißt ein erhöhtes Stehwellenverhältnis. Messe ich allerdings die 50 Ohm mit einem SWR von 1,0, dann ist die Logik klar. Meine Impedanz von 35 Ohm muss durch irgendwas auf 50 Ohm gebracht worden sein. Und das sind eben 15 Ohm-Verlustwiderstände, die hier unten durch diese Konvektionsströme, die nicht optimal zurückgeführt werden, auftreten. Also Folgerung, Verbesserung der Bodenleitfähigkeit durch Radiale. Und wie sieht das jetzt mit diesen Radialen aus? Es gibt die einfache Regel, darüber könnte man einen extra Vorteil halten, viele kürzere Radiale sind besser als viele lange. Die Logik dahinter ist klar, ein vergrabenes Radial hat keine echte Resonanz mehr durch die Dämpfung im Boden. Und also die Empfehlung, die man häufig liest, Viertelwellenlänge für das Radial ist insofern müßig, denn ich kann keine Resonanzen messen, insofern sind also solche Angaben Unfug eigentlich. Also viele kürzere Radiale für 160 Meter reichen da schon 10 oder 12 Meter lange Radiale aus, aber möglichst viele. Das ist also die entsprechende Empfehlung. Ich kann jetzt natürlich mir angucken, wie wirkt das Radialfeld in der Abstrahlung. Und nun kommt also ein weit verbreiteter Irrtum wieder ins Spiel. Das heißt also, es wird behauptet, diese vergrabenen Radiale würden den Abstrahlwinkel der Antenne verbessern. Das stimmt nicht. Das heißt also, der Abstrahlwinkel der Antenne ist völlig unabhängig vom radialen Netz. Der Wirkungsgrad der Antenne, was abgestrahlt wird, das hängt davon ab. Der Winkel hängt vom nahen Fernfeld ab. Das heißt also von dem Boden in einigen Lambda-Entfernungen. Und das kennt jeder, der zum Beispiel weiß, dass eine vertikal an Salzwassergebieten, also am Meeresrand, hervorragende Ergebnisse bringt. Und wir sehen den Unterschied, hätte ich einen Erdboden mit optimaler Leitfähigkeit jetzt nicht nur unter der Antenne, sondern im nahen Fernfeld, dann bekomme ich diese blaue Abstrahlung hier, wo also jede Menge in Richtung Horizont abgeht, also die optimale, die X-Antenne. In dem Moment, wo ich also eine Bodenleitfähigkeit im Fernfeld habe, die also der Praxis entspricht, dann ist also die Realität so wie hier. Und ja, den Boden kann man sich nicht aussuchen, wohl allerdings den Standort. Insofern am Wasser funktioniert das schon recht gut in Richtung dieses blauen Abstrahlungsgebildes, was wir hier sehen. So, um jetzt die Abstrahlung zu verbessern und nicht so viele Radiale einzubuddeln, gibt es die Möglichkeit, diese Gegengewichte, die dann allerdings in Resonanz sind, etwas über dem Erdboden, der Engländer sagt dann elevated, aufzubauen. Und mit vier Radialen klappt das schon hervorragend. Die Impedanz ist 35 Ohm. Das zeigt also, unsere Hälfte des Halbwellendipols wird voll erreicht. Verluste treten dabei nicht auf. Und ist natürlich keine besonders gute Empfehlung, wenn der Garten, wo das Ding aufgebaut wird, in einem Meter Höhe diese Stolperdrähte hat oder noch tiefer. Das ist natürlich nur in entsprechender Umgebung möglich. Jetzt taucht die Frage auf, müssen das vier sein oder gibt es mehr, die eine bessere Effizienz haben oder können wir auch weniger nehmen? Ich habe diese Problematik eingehend untersucht mit Simulationsprogrammen und auch in der Praxis nachvollzogen. Und wir kommen auf das Prinzip, dass wir weniger haben können. Eine Antenne, die weniger aufweist als Gegengewichte, kennt jeder. Das ist die Triebelleck, die eine für sich eine geniale Konstruktion ist. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens, wir haben nur drei Gegengewichte. Zweitens, wir können diese Gegengewichte gleich als Abspannung benutzen. Das heißt, die Mechanik des Aufbaus wird dadurch erleichtert. Allerdings ist das Bild, was wir hier unten sehen, völlig falsch. Das ist ein Diagramm, was in alten Rothammel-Ausgaben zu finden ist und sogar noch vor kurzem im Amateurfunklehrgang des DRC zu finden war. Dieses Diagramm geht auf Hb9-OP zurück und ist dann immer wieder kopiert worden. Ich erinnere an ein anderes Märchen, was nichts mit Antennen zu tun hat. Jeder weiß, man hat früher Kinder gefüttert mit Spinat, mit dem Argument, dort ist viel mehr Eisen drin als in anderen Gemüsesorten. Das war auch ein Märchen, weil vor etwa 100 Jahren in einer Untersuchung ein Komma um eine Stelle verrutscht ist. Und so hat man den 10-fachen Eisengalt gefunden und hat das dann 100 Jahre lang immer wieder weiter verbreitet. So ähnlich ist das hier bei der Triebeleck, dieses falsche Bild, was wir hier sehen mit diesem Kleeblatt, dreiblättrigen Kleeblatt-ähnlichen Strukturen. Das taucht immer wieder auf, ist aber falsch. So tatsächlich ist das Abstrahldiagramm von oben betrachtet absolut kreisförmig. Und so wollen wir es ja auch haben. Allerdings die vertikale Abstrahlung, die ist doch etwas anders als bei der Marconi-Antenne. Wir sehen, da tritt noch ein zweiter Zipfel oben auf. Aber das schmälert eigentlich nicht die entsprechende Wirksamkeit der Antenne. Der Vorteil ist nämlich, wir können bei einem Knickwinkel von 45 Grad hier auf 50 Ohm kommen und brauchen keine Anpassglieder. Insofern also durchaus eine empfehlenswerte Antenne. Jetzt geht die Überlegung weiter. Kann ich auf zwei Stück reduzieren? Jawohl, das funktioniert. Ist allerdings diese Antenne so aufgebaut, dass alle Glieder, der Vertikalanteil und die beiden Gegengewichte gleich lang sind, dann stimmt es mit der Resonanz und der Impedanz nicht. Und ich habe also etliche Versuche damit durchgeführt und habe die Antenne, weil der längere Abschnitt nach oben mit den beiden kürzeren unten, wie ein umgedrehtes T aussieht, diese Antenne Inverted T genannt. Die hat also in mehreren Versuchen hervorragende Ergebnisse. Wir sehen diese zweite Einschnürung, die ich bei der Triebeleck hatte, die ist nicht da. Wir strahlen also deutlich mehr relativ flach ab, wo es hin soll. Wir haben trotz nur zwei Radialen, was asymmetrisch aussieht, ein absolut kreisrundes Richtdiagramm. Und wir können also mit dieser Antenne, die noch über die Lambda Viertel in der Vertikalausdehnung noch ein bisschen zusätzlichen Gewinn abgibt, durchaus mit einem sehr guten DX-Strahler rechnen. Der einzige Nachteil ist, dass diese Längenverhältnisse sehr stark vom Aufbau übergrund abhängen. Das heißt, ob ich da Sandboden drunter habe oder feuchten Wiesenboden, verändert etwas die Längen und Strukturen. Ich muss sie also an jedem Standort praktisch neu abgleichen. Aber das ist eigentlich kein Problem. Das soll den Funkamateur hinkriegen. Bauanleitungen dazu sind auf meiner Webseite zu finden. Noch weiter geht die Reduktion, wenn wir nur noch ein Gegengewicht benutzen. Das kennt jeder. Seit Jahrzehnten ist die Baureihe der Fritzl-Antennen mit diesen GPA-Antennen bekannt, wobei GPA suggeriert, es sind Ground-Plane-Antennen. Da ist weder Ground noch Plane, sondern das ist ein abgewinkelter Dipol, also ein Winkeldipol. Der Vorteil ist, dass beim Knickwinkel von etwa 45 Grad die Imbedanz des Dipols von 70 Ohm weiter absinkt und wir eine bessere Anpassung kriegen. Und dass man sowas natürlich erhöht auf einem Hausdach oder so gut aufbauen kann. Wie sieht es mit diesem Knickwinkel-Dipol aus, wenn wir uns die Abstrahlung angucken? Wir sehen, in Richtung dieses abgeknickten Beinchen tritt eine Vorzugsrichtung auf. Das ist diese hier. Und eine entsprechende Absenkung der Strahlung auf der anderen Seite, die bis zu 5 dB etwa betragen kann. Auch das Vertikal-Diagramm ist natürlich leicht asymmetrisch verschoben. Und ich kann mir dann, wenn ich die Antenne aufbaue und ich habe die Möglichkeit, dieses Gegengewichtsbeinchen in der Richtung zu variieren, aussuchen, wo die Antenne besser hinstrahlen soll oder wo ich drauf verzichte. Aber dieser vertikale Winkel-Dipol ist eine durchaus brauchbare Antenne. Man kann die jetzt natürlich, ja, jetzt kommen wir noch zu etwas, zu der Kategorie Märchen. Im CQDL11-2015 habe ich dieses Ding gefunden hier. Also ein Winkeldipol mit zwei ungleich langen Schenkeln, 0,3 Lambda und 0,24 für 20 Meter, wobei also diese Hauptstrahlrichtung mit einem Gewinn von 2 dB angegeben wird und eine Impedanz von angeblich 50 Ohm. Das Ding kam mir gleich merkwürdig vor, weil ich ja mit diesen Winkeldipolen schon viel experimentiert hatte. Und dann habe ich mir das mal in der Simulation angeguckt. Ja, die Überlegung zunächst mal ist folgende. Hat diese Antenne, wie wir gesehen haben, 60 Ohm bei einem Knickwinkel von 45 Grad und ich verlege jetzt den Speisepunkt weiter nach außen, denn hier ist ja nichts anderes, als dass der Speisepunkt aus der Mitte raus weiter nach außen gelegt wird, dann kann ich auf dem Antennendraht nur in Richtung höheren Impedanzen etwas abgreifen, aber nie niedriger. Das heißt, ich kann von 60 Ohm nach oben gehen, aber es kann nie eine niedrigere Impedanz irgendwo da auftreten. Das heißt also, klarer Fall eines Märchens. Das zweite Märchen sind die Längenverhältnisse. Ich habe das mal simuliert. Wir sehen also original nach den Maßen Impedanz 78 Ohm. Ist logisch, wir sind weiter nach außen gerückt. Aber da das Ding entschieden zu lang ist, auch 78 Ohm, das ist natürlich Zufall, dass die beiden Beträge gleich sind, mit positiven Blindanteilen. Das heißt, induktiver Blindanteil, Impedanz zu hoch, Antenne zu lang, funktioniert nicht. Der nächste Schritt, der auch vielen bekannt ist, vor allem die SOTA-Aktivisten, die draußen mit ihrem Rucksack in die Berge ziehen oder ins Gelände als Aktivatoren von FF-Gebieten oder sonst was oder just for fun, erkennen dieses Ding. Man winkelt nur einen Arm unseres Dipols im 90 Grad Prinzip ab und erleichtert damit natürlich den Aufbau. Wir sehen auch hier in Richtung dieses abgewinkelten Beinchens eine Vorzugsstrahlung und das Problem der Vertikalstrahlung ist, wir machen noch zu viel nach oben. Wir werden gleich sehen, wie wir das ändern. Ich habe nämlich ausgemessen, diese mit gleich langen Schenkeln aufgebaute Upper and Outer, das Ding geht ja nach oben, Upper und nach außen, Outer, ist eine vertikale L-Antenne, die bei gleich langen Schenkeln eine Impedanz von 35 Ohm aufweist. Das heißt also, gespeist mit 50 Ohm-Kabel kriege ich eine Fehlanpassung. Und wir haben eben schon gesehen, ich kann die Impedanz anheben, indem ich den Speisepunkt weiter nach außen verschiebe und in diesem Falle weiter nach oben. Und ich komme also zu einer asymmetrischen Antenne, wo die beiden Beinchen, eins und zwei, vertikal 6,6 Meter, horizontal 4,41 Meter, bei etwa zwei Meter über Grund dieses Beinchens hier komme ich auf eine Impedanz von 50 Ohm und ich habe gleichzeitig durch den längeren Vertikalteil die Steilstrahlung abgesenkt und mehr Flachstrahlung bekommen. Also eine solche Upper and Outer ist durchaus empfehlenswert. Gleichzeitig ist durch diese Längenqueränderung die Dämpfung im abgewandten Seitenteil geringer geworden. Das heißt also, ich kriege schon fast eine Rundumstrahlung. Also diese Upper and Outer als minimalistische vertikale Antenne ist ein außerordentlich empfehlenswertes Stück Antenne, was man auch sehr leicht entsprechend abgleichen kann. Es sind hier nur zwei Drähte. Auf einen Nachteil muss ich hinweisen, alle diese Antennen, die außermittig gespeist werden, Englisch heißt das Off-Center-Fet, OCF, tendieren zu Mandelwellen. Die müssen mit einem Balloon gespeist werden. Also ohne Balloon kann das ziemlichen Ärger bereiten. Also da gehört eine Mandelwellensperre, so wie ich es vorne schon vorgestellt habe, in den Fußpunkt. Jetzt kommt ein nächstes Märchen, nämlich das, man könne Dipole einfach parallel schalten und durch Längenveränderungen so abgleichen, dass man auf allen Bändern optimales Stehwellenverhältnis bekommt. Ich habe mich eine ganze Weile mit solchen Fan-Fächer-Dipolen, Fan heißt ja englisch Fächer, abgeplagt und dabei Folgendes festgestellt. Wenn die Frequenzen relativ weit auseinander liegen, also beispielsweise die Bänder 10, 15 und 20 Meter oder auch für die WRC-Bänder 12, 17 und 30 Meter, dann funktioniert dieses Prinzip einigermaßen gut und wir kommen zu guten Anpassungsverhältnissen. Versuche ich noch andere Bänder dazwischen unterzubringen, also zum Beispiel 10, 12 und 15, dann geht die Sache in die Hose. Das heißt also, die zu nah benachbarten Bänder führen zu deutlichen Verschiebungen in der Anpassung und das Stehwellenverhältnis der dazwischenliegenden Bänder hier wären, dass 12 Meter wird ausgesprochen schlecht. Das heißt also, es gehen nur bestimmte Kombinationen, die empfehlenswert sind. Also ein Beispiel, 40 und 80 Meter, der altbekannte Doppeldipol, einwandfrei. Entsprechend Dipole 30 und 40 Meter, das funktioniert auch noch, funktioniert nicht. Das heißt, die sind zu klein. 12, 17, 30 Meter, in der Kombination funktioniert das. Und dieser Fächer-Dipol 40, 20 und 10 Meter ist insofern ganz interessant, weil ja 40 Meter auch eine Dreiviertel-Ambda-Resonanz für 15 hat. Also mit diesen Fächer-Dipolen ja, aber nicht mit zu engen Abständen. Wie das in der Praxis funktioniert, habe ich also mit 20 und 17 in meinem Auswärts-QTH auf Eco-Alpha 8 getestet. Es geht zwar, dass ich die Anpassung und die Resonanz einigermaßen hinschiebe, aber wir sehen, wir kommen auf 17 Meter nicht auf ein SWR unter 2,2 etwa. Das ist der typische Effekt, wenn die beiden Bänder zu dicht benachbart sind. Es hat nichts mit dem Abstand oder dem Winkel zu tun. Der muss natürlich ein bisschen auseinander sein hier. Also 30 bis 50 Zentimeter an den Enden muss ich schon haben. Aber ich komme nicht auf den Wert, den ein Monoband-Dipol hat. Also 20 und 17 sind so dicht. Ich habe dann mit Antennenkopter gearbeitet, da geht das natürlich. So, jetzt kommen wir zu einem Gebilde, was also auch, zumindest was die Eigenschaften, die unterstellt werden, angeht, in den Märchenwald gehört. Diese ominöse Bazooka oder auch Doppel-Bazooka. Doppelt deshalb, weil ja zwei Hälften nach diesem Prinzip mit diesem Koax-Kabel-Mittelstück aufgebaut sind. Die Behauptungen, die man auf den Bändern und auch sonst hört, gelegentlich, die Bazooka sei rauschärmer als ein normaler Dipol. Und ich finde sogar bei einer kommerziell angebotenen Antenne, man höre und staune, einen angegebenen Gewinn von 3 dB ohne irgendwelche Zusatzdinge. Nehmen wir mal an, es soll DPD heißen. Dann ist es natürlich ein absolutes Märchen. Wären es DPI, dann liegen wir schon relativ dicht an den 2,15 DPI. Dann ist das schon glaubhafter. Aber dann könnte ich auch jeden Halbwellendipol mit 2,15 dB Gewinn verkaufen. Das ist also natürlich Quark. Wir gucken uns aber mal an. Dieser Bazooka wird ja auch noch unterstellt, sie sei breitbandiger als ein normaler Dipol. Wie ist das Ding nun eigentlich aufgebaut? Wenn wir uns eine Hälfte dieser Bazooka mal angucken, dann sehen wir, die Länge hier ist Lambda Viertel mal Verkürzungsfaktor. Es bezieht sich also auf die Ausbreitung der Welle innerhalb des Koax-Kabels. Und wir haben zwei verschiedene Ausbreitungsmodi in dieser Antenne. Und zwar einmal eine komplette Viertelwellenlänge, die sich innerhalb dieses Koax-Kabels, was am Ende kurzgeschlossen ist, ausbreitet. Und das wäre ja ein Koax-Kabelstub, den kennt jeder als Anpassungsgebilde. Bei Resonanz, also bei genauer Viertelwellenlänge, ist das Ding hochohmig. Und wenn ich von dieser Frequenz wegrutsche, es stimmt die Länge ja nicht mehr, dann wird das Ding niederohmig. Allerdings nicht in unmittelbarer Nähe der Resonanzfrequenz, sondern dass dieser Effekt erst messbar ein, weiter weg. Und bis ich in die Bereiche komme, dass sie am Fußpunkt hier durch Parallelschaltungen wirksam wird, da bin ich also schon weit weg von der Resonanzfrequenz. Das kann es also nicht sein, was die Breitbandigkeit der Bazooka hervorrufen kann. Dann gucken wir uns an für die Abstrahlung. Und als Halbwellendipol, als eine Hälfte des Halbwellendipols, ist die Spannung auf dem Außenleiter interessant, die sich also hier genau bis zum Spannungsmaximum nach einer halben Wellenlänge am Ende ausbreitet. Und das Ganze tritt natürlich zweimal auf. Und insofern, wenn wir uns erinnern, ich hatte ja eben gesagt, dieser Stub entspricht einem hochohmigen Schwingkreis, kann ich als Ersatzschaltbild folgendermaßen zeichnen. Ich schalte also dem Antennendraht hier entsprechend einen LC-Schwingkreis, den der Stub ja abbildet, parallel. Das Ganze habe ich zweimal und ist im Fußpunkt wieder parallel geschaltet. Insofern kann ich die beiden Schwingkreise zu einem im Ersatzschaltbild zusammenfassen. Wir sehen das hier. Und in Reihe mit solchen Schwingkreisen liegen ja immer irgendwelche Verlustwiderstände. So was lässt sich ja nie verlustfrei aufbauen. Insofern habe ich also parallel zu dem Speisepunkt des Dipols, der ja theoretisch 70 Ohm hat, eine Ersatzschaltung, die aus einer Reihenschaltung eines Verlustwiderstandes mit einem Schwingkreis entspricht. Und jetzt ist die Frage, kann ein solches Gebilde dazu führen, dass das SWR an den Bandenden, wir haben es ja beim 80-Meter-Dipol gesehen, besser wird als das, was man mit normalen Dipol erreichen kann. Da ich ja nun kein ausgebildeter Hochfrequenzphysiker bin und meine Mathematikvorlesungen der Uni, ich habe ja zwei Semester Mathe belegt und auch abgeschlossen, über 50 Jahre zurückliegen, habe ich mich eher der Praxis zugewandt und habe gesagt, wir untersuchen den Fall mal in der Praxis. Hier habe ich mein Antennentestgelände, also ein Hochsitz links, meinen Antennenmast mit dem Auto. Und wir sehen hier hoffentlich im Bild nicht besonders stark zu erkennen, dieses Stück hier ist ein Dipol für 10 Meter mit den entsprechenden Abspannenden zum Mast und zum Hochsitz hin. Ich habe hier in 30 Meter Entfernung ein Messdipol aufgebaut. Das ist ein verkürzter, aperiodischer Dipol mit einer Messanordnung zur Feldstärkemessung und habe also die Bazooka verglichen mit normalen Halbwellendipolen. Und das Ergebnis ist also relativ eindeutig. Wenn ich das Ding als echte Bazooka aufbaue, auf 10 Meter, dann habe ich also am Bandanfang und Bandende entsprechend ein Ansteigen des Stehwellenverhältnisses. Und dann habe ich den Bazooka-Anteil verändert in der Mitte und habe auch im Speisepunkt innen und außen leider parallel geschaltet und somit die Antenne als echten Dipol betrieben, aber als Dipol, der im Innenstück, wo die höchsten Strome fließen, 5 Millimeter Durchmesser hat, nämlich mit unserem RG58-Coachskabel. Und wir sehen, der Unterschied ist marginal. Die Bandbreite ist etwas schlechter. Das heißt, wir haben ein geringfügiges, höheres SWR gegenüber der Bazooka. Und ich würde mal eher sagen, dass das zurückzuführen ist auf Verluste, die die Bazooka hat. Die das Ergebnis schönen. Wenn ich also einen echten Dipol aus dicken Kabel aufbaue, das ist ja auch ein bekanntes Phänomen, die Antenne wird umso breitbandiger, je dicker der Strahler wird, dann kriege ich praktisch denselben Effekt wie mit der Bazooka. Und eine Antenne mit einem dünnen Innenleiter, da steigt das SWR an den Bandenden deutlich stärker an. Ich habe nun entsprechend, das war zu viel des Guten, ich habe also die Messungen an meinem Vergleichs-Dipol, da meinem aperiodischen Dipol aufgezeichnet. Und zwar habe ich aufgebaut, eine Antenne mit 1 mm Strahler, mit 1,6 mm Aludraht, 1 mm war Kupfer, mit der echten Bazooka und mit der Koax-Kabel-Antenne als echten Dipol. Und die Feldstärkemessungen haben also in allen Fällen ergeben, dass die innerhalb der Messtoleranz liegen. Auch daraus ziehe ich eine interessante Lehre. Das heißt also, das Antennenmaterial des Strahlers spielt keine so große Rolle, wie öfter behauptet wird. Das heißt also, nur Kupfer, Bronze sei das Optimum und verzinkte Strahldrähte würden nicht funktionieren, hätten Dämpfungen. Also ich verweise das mal nach meinen praktischen Messungen in die Farbe. Natürlich ist Kupfer immer besser als andere Leiter, aber es geht durchaus mit einfachen Mitteln auch. Und ich glaube nicht, dass der Gegenüber, der am anderen Ende sitzt und uns empfängt, irgendeinen Unterschied merkt. Also die Bazooka können wir als Wunder-Antenne entsprechend abhaken. In meinen Augen bringt die nichts. Jetzt kommt eine Behauptung, die sich auch in Prospekten wiederfindet. Eine Quad strahlt flacher ab als eine Yagi. Und die absolute Spitzenbehauptung, eine Quad öffnet das Band früher und hält das Band länger offen. Das heißt also, das hängt natürlich damit zusammen, dass man hier unterstellt, dass der Abstrahlwinkel flacher ist und dass damit das rare DX früher oder länger zu arbeiten ist. Was ist an diesen Aussagen dran? Dazu müssen wir uns mal zunächst unserem echten Dipol wieder zuwenden. Diesmal ist er nicht die Marconi-Antenne mit Vertikalpolarisation, sondern echt horizontal aufgehängt. Und jetzt spielt der Boden eine etwas andere Rolle als bei unserer Vertikal, nämlich in dem Sinne, dass die Abstrahlung, die ja einmal als Raumwelle hier oben generiert wird, sich, wir können ruhig sagen, in Abhängigkeit befindet von der reflektierten Strahlung, die vom Boden her hochgeht. Und wir sehen schon, dieser Wellenzug, der über den Boden geht und dann Raumabstrahlung generiert, ist länger. Und damit ergibt sich durch diese Bodenreflexion eine Phasenverschiebung. Und die Phasenverschiebungen hängen natürlich ab von den Winkeln hier und den entsprechenden Laufzeiten. Und ich habe für 1,5 Lambda Höhe die Geschichte mal geplottet. Und wir sehen, dass also ein solcher Dipol über realem Grund mit einem Boden mittlerer Leitfähigkeit eine Aufzipflung des Diagrammes produziert. Das heißt, wir haben hier durchaus schon im 10-Grad-Winkel die x-taugliche Keule. Allerdings auch zwei weitere Keulen, die nur wesentlich kleiner sind und unnütz abstrahlen. Aber trotzdem bleibt über einem Dipol im Freiraum 5,5 dB für diese Hauptkeule hier übrig. Weshalb also auch ein Dipol geschickt über Boden montiert schon einen Antennengewinn hat. Das sollte man immer berücksichtigen. Das Interessante ist nun, dass also diese Abstrahlung über diese Bodenreflexion und die auftretenden Phasenverschiebungen unabhängig vom Antennentyp sind. Das heißt also, ob dieser Strahler, der hier im Mittelpunkt sitzt, nur ein Dipol ist oder eine Yagi oder eine Quad, spielt im Grunde genommen überhaupt keine Rolle. Entscheidend ist der entsprechende Winkel und die Laufzeit, die zu dieser Phasenaddition oder Subtraktion führt und zu diesen Verstärkungen oder Auslöschungen. Und wir finden dieses Diagramm wieder, wenn wir eine Quad oder eine Yagi aufbauen. Das heißt, wir sehen diese drei Hauptkeulen, die wir vom Dipol her kennen, allerdings natürlich jetzt mit einer Vorzugsrichtung und einer Rückdämpfung. Das ist ja der Vorteil einer Richtantenne, dass wir vom Dipol ausgehend unsere Strahlung in eine Richtung bündeln und in die andere möglichst unterdrücken. Und wir sehen die Hauptkeulen bei 1,5 Land der Höhe, wohlbemerkt, einer Quad rot und einer 3-Element-Yagi blau liegen exakt auf den gleichen Winkelwerten. Das heißt also, die geben sich nichts, wobei der Gewinnunterschied geringfügig ist. Und wir können die klare Erkenntnis mit nach Hause nehmen, eine 2-Element-Quad liegt im Gewinn zwischen einer 2- und 3-Element-Yagi und in den Abstrahlwinkeln sind die absolut identisch. Das heißt, da bleibt von diesem Märchen der flacheren Abstrahlung nichts übrig. Wir müssen natürlich berücksichtigen, die Aufbauhöhe über Grund bezieht sich bei der Yagi natürlich auf die Fläche der Antenne und bei der Quad auf den Mittelpunkt zwischen den beiden Ebenen. Das heißt also, in Wirklichkeit ist die obere Ebene der Quad dann 1,75 Lambda hoch und die untere Ebene 0,75 Lambda. Beziehungsweise wir haben Viertelwellen, es ist dann jeweils ein Achtel drüber und ein Achtel drunter. Also die Mitte einer Quad ist die entsprechende Bezugshöhe. Jetzt kommen wir dem Fall näher, der ja in der Praxis meistens auftritt. Das heißt, wir haben ja Beschränkungen in der Bauhöhe von Masten. Bedauerlicherweise in den meisten Bundesländern ist ein 10-Meter-Mast genehmigungsfrei. Das entspricht etwa genau 0,5 Lambda für das 20-Meter-Band. Und viele Antennenanlagen sind so aufgebaut, dass für 20 Meter die Antenne eben genau diese 10 Meter Höhe hat. Und wir sehen, jetzt tritt also praktisch keine Aufzüttelung mehr auf, sondern wir haben nur noch diese Hauptkeule, die jetzt natürlich nicht mehr so freundlich ist mit 10 Grad, wie wir es eben gesehen haben, oder 15, mit 25 Grad. Das ist natürlich für die X immer noch gut. Und die Verstärkung in der Hauptstrahlrichtung gegenüber dem Deepol bringt natürlich was. Aber auch hier sehen wir, dass die Quad und die Yagi bei dieser Bauhöhe über Grund denselben Abstrahlwinkel haben. Also auch das, was man liest und hört, dass eine Quad bei niedrigen Bauhöhen besser abstrahlen würde als eine Yagi, ist in den Bereich der Fabel zu verweisen. Auch hier sehen wir wieder den klassischen Unterschied im Gewinn zwischen der Quad- und der Dreilement Yagi, der sich nicht wegdiskutieren lässt. Das ist halt so. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Behauptung über die Quad. Ich muss dazu sagen, ich habe wesentlich mehr mit Yagis experimentiert, allerdings auch genug Quad-Antennen aufgebaut und die in der Praxis mit dem verglichen, was die Theorie sagt. Und kann also da wahrscheinlich doch ganz guten Urteil abgeben, ob das stimmt, was man mit der Quad da so alles erzählt. Interessant ist die Sache, dass wie bei einer Yagi-Antenne die Inbedanz abhängig ist vom Abstand der Elemente und vom Umfang. Hier ist es der Umfang, bei der Yagi ist es entsprechend die Länge. Das heißt also, Elementlänge und Elementabstand beeinflussen den Fußpunktwiderstand. Die Standardquads, die man früher gebaut hat, die lagen meist entweder bei 112 oder 110 Ohm oder 70. Ich kann die mit entsprechend verkleinertem Reflektorrahmen auf 50 Ohm bringen. Wir sehen aber, die Bandbreite nimmt erheblich ab. Ich habe das rechts mal aufgeführt. Die Tabelle kann man sich dann in Ruhe mal angucken beim Anhalten des Bildes und das vergleichen. Das heißt, eine niederohmige Quad hat eine Bandbreite, die nicht über die volle Bandbreite der normalen Amateurbänder geht und hat eine sehr schlechte Rückdämpfung. Sie ist außerdem extrem schwer abzugleichen. Also das ist nicht empfehlenswert. Die Quad sollte von 70 Ohm an aufwärts haben. Der Antennengewinnunterschied ist marginal. Wir sehen, ob ich 112 Ohm habe oder 50 Ohm. Das ist wirklich minimal. Aber der Bandbreitenverlust, den ich mit niederohmigen Quads bekomme, der ist also nicht empfehlenswert. Eine andere Geschichte ist, es ist völlig egal, wo ich eine Quad einspeise. Wenn ich Horizontalpolarisation erreichen will, kann ich die bei der Quad, bei der kubicke Quadform unten in der Mitte einspeisen oder auch bei der Diamantform an der Spitze. Impedanz- und Abstrahleigenschaften sind identisch. Was anderes ist es, wenn ich auf der anderen Seite einspeise, dann kriege ich Vertikalpolarisation. In vielen Fällen ist das durchaus interessant, auch darüber mal nachzudenken, solche Schleifenantennen mit Vertikalpolarisation aufzubauen. Da gibt es durchaus interessante Varianten. Jetzt kommen wir auf die Geschichte wieder mit den Elementdurchmessern und Eigenschaften, die ich bei der Jagie schon erwähnt habe. Auch bei der Quad ist es so, der Drahtdurchmesser spielt eine entscheidende Rolle und auch die Isolierung. Ich habe für 50 Megahertz mal einen Versuchsquart aufgebaut und habe das auch simuliert. Beide Ergebnisse stimmen praktisch überein. Hier oben sehen wir zwei Millimeter nicht isolierter Aluminiumdraht, Resonanz bei 50,1, Impedanz 112 Ohm, also absolut optimal funktioniert. Jetzt habe ich bei gleichen Abmessungen diesen Draht ersetzt durch einen isolierten Draht, der zusätzlich ein Millimeter PVC hat. Der Strahler ist nach wie vor innen drin zwei Millimeter als Leiter. Die Resonanz sinkt ab auf 48,5 Megahertz, die Impedanz auf 104 Ohm. Das Interessante ist, es verschiebt sich also nicht nur die Frequenz, sondern auch das Verhältnis Strahlerrahmen zum Reflektorrahmen wird offensichtlich ein anderes. Und es bedarf nicht nur einer Längenkorrektur prozentual beider Elemente. Ich muss auch den Reflektorrahmen anders korrigieren als den Strahlerrahmen. Was lernen wir daraus? Irgendwelche Bauanleitungen von Quadantennen, wo Abmessungen sind, die Schleifer den und den Umfang oder die Seitenlänge ist so und so groß, ist nur dann sinnvoll nachzubauen, wenn exakt beschrieben wird, wie der Draht aussieht. Das heißt also, wenn ich Abweichungen habe, erfordert das Abgleich und ich muss entsprechend Arbeit reinstecken und bekomme unter Umständen ganz andere Ergebnisse, als ich eigentlich haben möchte. Also auch Quadantennen sind keineswegs so unproblematisch, wie das häufig berichtet wird. Der Draht spielt eine entscheidende Rolle. Jetzt kommen wir zu einer Antenne, wo ich eigentlich nur über den Gewinn mich mit dem Märchen in Bezug setzen muss. Die Antenne ist ansonsten ein sehr empfehlenswertes Ding. Das heißt, was das Richtdiagramm angeht, dieser Doppelquat, eigentlich stammt der Entwurf ja von DL7KM. Der hat in einer nachträglichen Veröffentlichung vor einigen Jahren im Funkamateur den Gewinn korrekt angegeben mit 6,8 dB. Im entsprechenden Büchlein, die der DJ9HO rausgegeben hat, steht 9,5 dB. Die sind auch dann übertrieben, wenn ich es als DBI nehme. Das heißt also, der tatsächliche Gewinn ist 6,8 dB. Und das Richtdiagramm ist ausgesprochen gut. Und das Interessante dieser Doppelquat ist ja gegenüber einer Yagi, dass vertikaler und horizontaler Winkel praktisch identisch sind. Das heißt also, ich habe einen großen horizontalen Öffnungswinkel und einen kleineren vertikalen gegenüber einer entsprechend gleichgewinnorientierten Yagi-Antenne. Und wir sehen hier praktisch die Ströme im System und die entsprechenden Elemente. Entscheidend ist der Punkt bei einer Schleifenantenne oder im Grunde genommen bei jeder Antenne gehört der Reflektor dahin, wo im Strahler der höchste Strom auftritt. Und die höchsten Ströme in einem solchen Doppelquat-System sind an vier Stellen. Das heißt, das sind die beiden Spitzen oben und unten. Und das ist etwas außerhalb des Speisepunktes, oberhalb und unterhalb. Und deswegen benötigt das Ding bei optimaler Arbeitsweise vier Reflektoren. Und wenn ich das ganze Gebilde umrechne in Halbwellenabschnitte, dann besteht ja jeder Rahmen aus zwei Halbwellen. Also insgesamt habe ich vier. Und ich habe vier Reflektoren mit etwa Halbwellen, also acht Halbwellenelemente. Wenn ich sowas auf eine Yagi umrechne, mit acht Halbwellen kann ich eine Achtelement-Yagi bauen. Die hat natürlich einen ganz anderen Gewinn als 6,8 dB. Das heißt, der mechanische Aufwand dieser Doppelquat ist sehr hoch im Verhältnis zum Gewinn. Das muss also ganz klar jedem Nachbauer gesagt werden, der sich mit dem Ding beschäftigt. Diagramme hervorragend, aber effizienzgemessen am Materialaufwand verbesserungsfähig. Ich will es mal vorsichtig ausdrücken. So, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wie man das Ding verbessern könnte. Da die entsprechenden Abschnitte bei der Quad gleichphasig sind in der Mitte, kann man die zusammenfassen und kann also jetzt die beiden Quadrahmen unmittelbar aufeinandersetzen. Der Nachteil ist, damit rücken die beiden Strommaxima oben und unten gegenüber dem vorher gezeigten Modell etwas näher zusammen. Und das senkt natürlich den Gewinn etwas. Das heißt, wir haben mit diesen Rahmen Strukturen 6,4 dB. Wir haben aber Material eingespart. Das heißt, hier in der Mitte haben wir ja für beide Rahmen dasselbe Stück und wir brauchen nur noch drei Reflektoren. Das ist der entscheidende Punkt. Diese Doppelquat ist also wesentlich leichter aufzubauen bei etwas verringertem Gewinn. Und nun habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, kann man den Gewinn nicht trotzdem höher treiben? Natürlich kann man entsprechend, wenn man dieses Gebilde ist, übrigens auch auf meiner Webseite beschrieben. Und man kann das Ding aufbauen. Was haben wir denn jetzt hier? Also, jetzt haben wir hier das entsprechende Bild nochmal. Das können wir uns schenken. Was ist denn jetzt los? Jetzt will das Ding nicht weitergehen. Minus, Minus, Minus. Jetzt haben wir hier ein Gebilde, was entsprechend auf höheren Gewinn ausgelegt ist. Und zwar wird die Schleife zu einem Rechteck in die Länge gezogen. Der Nachteil aller dieser Strukturen, die auf höheren Gewinn zielen, ist natürlich, dass die Bandbreite abnimmt. Aber die ist hier bei dieser Doppelquatlong. Ich habe das Gebilde Quadlong genannt, hier in der Mitte, ist natürlich eigentlich Unfug. Eine Quad ist quadratisch, aber das ist ein langes Quadrat, dieses Rechteck. Und als Doppelstruktur mit drei Reflektoren kommen wir auf 7,8 dB über Dipol. Das ist ein dB mehr als die klassische DJ9HO, DL7KM, Doppelquat. Und die Bandbreite reicht immer noch aus, um komplett über das 2-Meter-Band zu kommen. Das Richtdiagramm ist ähnlich, aber mit erhöhtem Gewinn. Das heißt also, wer sich sowas nachbauen will, 50 Ohm Impedanz im Speisepunkt wurde im CQDL beschrieben und ist wesentlich einfacher und empfehlenswert zum Nachbau. Sollte man sich ruhig mal zu Gemüte führen. Wir sind am Ende unseres Märchenausfluges angekommen. Wer sich für Antennenbau interessiert, sollte entweder sich den Rothammel zu Gemüte führen oder auch mal meine Webseite dk7zb.com besuchen. Er kriegt jede Menge Futter zum Nachbauen. Und nachdem man so viele schöne neue Transziver kaufen kann, wäre es doch adäquat, wenn jeder sich die entsprechenden Antennen dazu auch selber bauen würde. Und ich empfehle, entsprechend das auch zu tun. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, lieber Martin, herzlichen Dank für den schönen Vortrag. Ich denke, die Antenneninteressierten wird es gefreut haben, mal so richtig zu hören, worum es geht, worum es wirklich geht beim Antennenbau mit den Mythen und Märchen, die da so über die Bänder kreisen. Also nochmals ganz herzlichen Dank für das Mitwirken hier bei der Hemmradio World. DK7zb, der Martin Steyer. Herzlichen Dank, Martin. Jo, freut mich, wenn das auf fruchtbaren Boden fällt. Ja, wunderbar. Liebe Zuschauer, das war ein Vortrag zu Hemmradio World über Märchen aus dem Antennenwald und Fakten aus dem Antennenwald von Martin Steyer, DK7zb. Schauen Sie die weiteren Vorträge sich an. Es sind bestimmt auch weitere interessante Vorträge für Sie dabei. Ihr Moderator, Wolfhard Eidenmüller, DO5.de Hey, ihr seid ja noch da. Hat euch der Beitrag also gefallen? Also wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann wäre es schön, wenn ihr ihn liked. Außerdem könnt ihr ihn hier abonnieren und ständig kommen neue Beiträge, die seht ihr hier. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit den Beiträgen von Faszination Amateurfunk. Bis dahin, VY73.